Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir raus kamen, sah ich, wie sie losging. Sie wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Ich habe gerade volles Live-Gretchen. Hast du ihn vorhin gesehen? Neues Upgrade. Wir haben schon mal Rüstung gezogen. Dann haben wir gerade noch mal Rüstung, oder? War doch ganz gut. Wir kriegen dann einfach, glaube ich, auch mehr Live dazu, wenn wir das richtig angucken. Das dauert etwas. Das System hat mir gefallen. Halt diese verrückte Zicke auf! Ja, was muss ich jetzt machen? Lachen! 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 Machst du bist, Baten? Lachen! Komm mal weiter, du bist müde, lass mich wie ein Mädchen helfen. Dann stimmst du weiter, du nimmst dich der Sand. Ich dachte, der kommt runter oder so, nix. Aus dem Lüftungsschall. Nice Tonband. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Sie sind deprimiert. Hilft Ihnen das? Können Sie hier mal den Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davon gekommen ist. Die, die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe. Er will diese Doktorin davon. Okay, da vorne steht einer, da rechts haben wir so Explosionswand. Okay, Mensch, ich muss den Jungen da vorne auswählen, oder? Warum geht das Trüberspringen nicht? Oh Gott, nein. Okay, ich muss den Jungen da vorne auswählen. Okay, das war nur für das Whittler-Dingsbums, das Holo-Krum-Dings? Fragezeit? Hm, der kommt doch gar nicht weiter, wenn ich mir das so arg gucke. Hä? Okay, aber ich muss den Jungen da vorne auswählen. Wir sehen wieder Stromplatte. Das hat uns das letzte Mal fast alles gekuscht. Alle Quinn steht auch drin, sieh das. Da kommt der Mr. J! Ausgezeichnet! Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe! Schnappt ihn! Du wirst bluten! Oh, was soll ich denn du machen? Ich mach dich! Das wird weh zu! Wie ein Mädchen! Heizen wir ihm ein! Na, gegrillte Fledermausflügel? Ich habe eine Möglichkeit gefunden zu entklaufen. Was schön ist, mein Schatz! Flaki noch mal! Ich schlag' dich grün und blau! Er hat's wieder geschafft, ich glaub's nicht! Ich bin auf dem Weg! Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen! Aber ich hab' mein Bestes gegeben! Tut mir leid, aber der Zweite geht leer aus! Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste! Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück! Nein! Stirb, du große hässliche Bledermaus! Hey! Hände weg von der Ware! Das ist meine Partyliste! Ruhig! Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv! Sag du's mir! Oh! 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 Du musst Mr. J nicht finden! Er ist im Geheimlabor in dem Garten und... Verdammt! Ja, ich weiß! Aber er holt mich raus! Du wirst sehen! Ja! Du wirst schon sehen! Harley Quinn erledigt! Ich dachte irgendwie, es wird gefährlicher! Oracle, ich bin hier fertig! Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt! So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden! Ja, Harley war überall auf der Insel! Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyll-Spuren aufweisen! Okay, pass auf! Ich habe den Rain-Tech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt! Die Garten werden als sehr heiß angezeigt! Da passiert etwas Schlimmes! Botanischer Garten! Alles klar! Du weißt doch, wie man eine Karte liest! Oder Detektiv? ous-Tourne Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden! Ihr spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo Victor! ании laughs Ich würde gerne sprechen würden, Viktor und Stein und der Spannungs- und Stein. Machen und Stein, bringen Sie ihn herauf! Du hast den Doktor gehört! Aufstehen! Hast du mich nicht gehört? Er hat ein Messer! Aaaaaah! Steck ihn ruhig! Steck ihn ruhig! Oh Gott, er ist bei Bill! Er sticht zu! Bringt ihn weg! Holt ihn von ihm runter! Wir brauchen Hilfe! Haben wir hier gerade am Mord gehört? O-F-R-S-S-A-N-M-E-R-N-N-A-V-E-R-E-A-L-G-e-R-S-S-A-N-S-A-N-H-A-S-A-N-M-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E-R-G-E! Ich bin 2002, meine Mannschaft! Hey, ihr sind dein Ding! T surrounding? Ja, wir machen uns um aufwärmende Arbeit. Und ob wer so dieser kleinen Gaune will so sein? Sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Eine glatte Zwei unter uns. Ich will eine Eins. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen. Dann erschaffe ich meine ganz persönliche Angeln. Ich suche die Zwei, wo die Lüftungsschacht klar machen wollten. Wir kommen also immer noch nicht raus, obwohl wir hier zwischen den Sekunden alles haben. Die Zwei, wo die Lüftungsschacht war. Die Zwei, wo die Lüftungsschacht war. Victor ist seit dem Angriff auf die Wache letzte Woche in Isolationshaft. Während ich darauf warte, dass er zu mir gebracht wird, hatte ich Zeit, mir meine Aufzeichnungen nochmal durchzulassen. Ich befürchte, dass er nicht geheilt werden kann. Er hat kein Mitleid mit seinen Opfern. Ich glaube ehrlich gesagt, er sieht uns alle als seine potenziellen Opfer. Doc, geht's Ihnen gut? Was ist hier los? Es geht um Zags. Er ist aus der Isolationshaft ausgebrochen. Oh Gott. Keine Angst, Doc. Sie sind hier sicher. Er hat hundertprozentig die Insel verlassen. Natürlich. Jemand muss die Behörden verständigen. Er wird wieder töten müssen. Verständlich. Er muss. Oh nein. Er ist hinter Dr. Cassidy her. Hallo? Sarah, hier ist Gretchen. Hört zu, brauche ich schon wieder. Warte mal, da ist jemand an der Tür. Sarah, mach nicht die Tür auf. Hörst du mich? Mach nicht die Tür auf. Es ist das. Er ist frei. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen beschädigt zu werden. Augenzeugen berichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall in Beholen. Die Insel befindet sich bei neuen Informationen zurück in den Studio. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt zurück zum regulären Programm. Die Kontertasche gedrückt oder irgendwie wollten sie. Also ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach zu blöd. Böse Abend, Bewohner der Anstalt verlaufen. Einige unserer verrückteren Reste haben die Party schon früh ausrufen lassen. Und wenn ich verrückt sage, meine ich Psycho. Eine Warnung. Wenn einer einen sabbernden Verrückten sieht, der den Mond anmeldet oder wie ein Kätzchen schnurrt, dann tut eure bürgerliche Pflicht. Geht zu ihnen. Legt den Arm um sie. Zeigt ihnen, dass ihr euch um sie kümmert, bevor ihr ihnen den Hals umdreht. Ha 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 ha. Und dann bewegt eure faulen Hintern in die Gärten. Ich bereite eine kleine Überraschung vor und will nicht gestört werden. Verstanden? 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 Aaaaaah! B-B-B-Night